Ja, ich habe gehört, Leute, wir sehen gerne rote Ampeln. Ja, guuuuut, habe ich gesagt. Es ist der Strike! Let's go! Jaja, was ist da los, hey Leute, hier ist wieder der Benni und der Hobner von den Two Epic Buddies zu einem neuen WTF-Video. Heute haben wir für euch am Start No, 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 Yes! Das heißt, irgendwas, wo man sich am Anfang denkt, oh mein Gott, das wird jetzt richtig krass schief gehen und dann soll es doch noch gut ausgehen. Ich bin mega gespannt. Ihr habt hoffentlich auch alle Bock drauf und wir haben heute wieder das Ganze auf Englisch am Start. Viele haben gesagt, sie finden es auf Englisch besser, alleine, wenn wir, oder zumindest ich, immer dann so schlecht das Ganze übersetzt. Und deshalb wird das hoffentlich heute wieder eine witzige Folge. Wir haben auch noch eine Menge Black Ops 3 oder Black Ops 4 Videos, besser gesagt, hier euch in Planung. Also, ja, ich würde sagen, let's go, wir gucken uns das erste direkt an. Auf jeden Fall ein Jenga-Player, der einen richtig krassen Move macht. Also, ihr kennt ja Jenga, das ist das mit dem Türme bauen. Und ich würde sagen, wir gucken uns das an und, ja, mal gucken, was da kommt. Ja, mhm. Er macht nicht diesen. Den kann man nicht machen, den Move. Der ist unmöglich, Leute. Niemals. Oh! Was? Die Zeitlupe. Guck mal, wie hoch der Turm ist. Was sind das überhaupt für fettgeile Bausteine? Hä? Alter. Hat er nicht getan, Mann. Das ist krass. Guck mal, wie alle ausrasten. Er hat das einfach vor zehn Leuten oder so gemacht. Die hatten eine fette Geburtstagsfeier. Nö. Krass. Steht der dabei, wer Geburtstag hat im Hintergrund? Nö, steht nichts dabei. Nö, nur Happy Birthday. Okay. Läuft auf jeden Fall bei ihm. Das war richtig, richtig krank. Ja, das nächste, drive it like you stole it. Also, so fahrend, als hättest du es gestohlen. Ja, mal gucken. Hier kommt auf eine Flut oder so. Sieht aus wie... Was ist das, ein See, der ausgebrochen ist oder so? Ja, oder es hat einfach in der Wüste richtig hart geregnet. Und dann gibt es öfter so diese Überschwemmungen. Und auf jeden Fall fährt er... Guck in dir an. Er wird seinen Pick-up. Oh mein Gott, schafft er das? Das wird ganz, ganz eng. Oh, lol. Der ist schon am Full-Speed-Driven. Oh Gott, er schafft es halt echt. Da muss er auch noch raus, da. What the fuck? Wow, das war auf jeden Fall mega knapp, Leute. Hat er gerade noch mal so sein Auto und sich gerettet. Ja. Läuft auf jeden Fall. Also, das ist... Not bad, not bad. Okay. Das nächste. Manage hat ja eine Hunde-Einthauptung. Köpfung verhindert. Mal gucken, wie er das verhindert. Hey, warte, da unten liegt der Hund, oder? Okay. Oh, der wird jetzt wahrscheinlich nach oben gezogen. Kann das sein? Oh, oh. Oder was? Oh, ja. Oh, nee, der hat die Leine da. Oh mein Gott, er hat es abgerissen. Fuck, das wäre krank gewesen. Zum Glück hat der arme Hund überlebt man. Ja. Ich sehe es jetzt. Man sieht es ganz unten links kurz. Dieser schwarze Strich da. Das ist die Hundeleine. Oh mein Gott, er reagiert halt echt schnell. Sieht aus wie ein Yorkshire Terrier. Ja. Oh, das war knapp. Huch, der arme Kötermann. Okay. Props, gehen raus an deinen Manager. Okay. Zwei Leute, die irgendeine tödliche Situation. Ein Unfall verhindern. Mal gucken. Oder weiter. Tube. Okay, es ist auf jeden Fall Motorradfahrer. Huch, der escapt ganz knapp. Warte, ich habe es noch nicht gesehen. Und kommt da noch was? War es das? Ich glaube, das war es. Er dreht um auf jeden Fall. Nichts mit Unfall verhindern, sondern. I'm very sorry. Okay, entschuldigt sich. Und jetzt ist es okay. Er gibt ihm sogar die Hand. Das ist ja nett, man. LOL. Man merkt auf jeden Fall, dass dem Typen das auf jeden Fall mega leid tut. Der hat dem Motorradfahrer auf jeden Fall einen Heidenschrecken eingejagt. Ja, er hat den nicht gesehen und ist einfach raus. Wow. Aber korrekt von dem, dass er wenigstens aussteigt. Dem geht auch richtig hart die Pumpe, man. In dem Alter, nicht, dass er noch einen Herzinfarkt bekommt oder so. Oh Gott. Das nächste. Das war knapp. Let's go. Mal gucken. Auch wieder eine Geburtstagstorte im Tag. Was, er hat das Teller nach vorn hingegeben? Laga. Kein Mann. Feich, Leute. So was feich. Der Kleine hat den auf jeden Fall ordentlich gegeben. Läuft ihm. Okay. Das ist auf jeden Fall ein Profi. Ich glaube, das ist so. Ich weiß nicht, wie man das nennt hat. So gleiten. Ja, Paraglisten. Paraglisten, genau. Oh. Das war knapp. Loll. Profi, hin oder her. Aber ich würde jetzt mal nicht behaupten, dass man das planen kann. Das Ding ist, ich weiß gar nicht, wie stark man das stellen kann. Aber ich habe gehört, es ist richtig gefährlich, wenn man mit so Teilen im Wasser landet. Ja, das kann ich mir echt gut vorstellen. Und ich glaube einfach, der hat oben eine Windbüe oder so erwischt. Und kam dann ein bisschen ins Trudeln und da hat sich dann noch so last second gerettet. Also das war schon richtig krass. Vor allem mit so größeren Fallschirmen ist es noch gefährlicher im Wasser landen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Übung macht das Ganze perfekt. Oder so. Ja, mal gucken. Übung macht den Meister. Let's go. Übung macht den Meister. Oh. Oh. Loll. Ich weiß nicht, wie schmerzhaft das ist. Es gibt auf jeden Fall nicht auf. Oh Gott, Mann. Aber das ist schon High Level, hier auf so einer Rolle ein Rückwärtshalter aus dem Stand zu machen. Boah. Und dann schafft das wirklich. Puh. Aber wer das kennt mit aufm Arsch fallen, wer sich einmal schon mal so ein Steißge... oder ein Steißbein gebrochen hat, der weiß, dass man das nicht mehr sehen will, wie Leute aufm Arsch fallen. Da kommen nur die Feelings back, wie selber der Arsch gebrochen ist, ey. Die Feelings kommen back. Okay. Okay. Leg dich mal an mich. Mit großen Katzen. Genau. Mit großen Katzen an. Das ist auf jeden Fall ein Leopard oder so. Oder Tiger. Tiger. Und ein Hund. Loll. Der arme Hund, Mann. Please not. Oh Gott. Hey, die kuscheln. Hallo. Oh ja, die kuscheln. Boah, ich hatte kurze Angst, Mann. Ich glaube, der Hund hat auch schon mal kurz aufgegeben und sich nur gedacht, oh Gott, das war's komplett. Aber Hauptsache ein Tiger im Schnee. Richtig krass. Ja, Mann. Am Anfang hätte der Hund noch versucht, zurückzuattackieren. Nein. Keine Chance. Okay. Ein Raubtier halt. Ein Motorradfahrer, der von einem Auto getroffen wird, weil der über eine rote Ampel gefahren ist. Mal gucken. Das hört sich jetzt nicht so geil an, was da passiert. Er landet noch auf seinen Füßen anscheinend. Okay. Motorradfahrrad grün. Da kommt der Typ. Ei. Macht echt ein Salto. Und steht wieder. Oh. Eieieieiei. Aber das Motorrad ist, glaube ich, ein bisschen broke. Ja. Ja. Ich habe gehört, Leute übersehen gerne rote Ampeln. Wie gut, habe ich gesagt. Ich habe das auch schon mal gemacht. Zum Glück ist nichts passiert. Das ist echt crazy. So rote Ampeln übersehen ist ziemlich das Gefährlichste, was es gibt, oder? Ja. Noch dazu, das war echt in einer größeren Stadt in Österreich, kann man sagen. Und ich fahre so. Wir waren mit so, ich glaube, zwei Kumpels unterwegs. Wir fahren so ins Kino. Und auf einmal sagt ein Kollege zu mir, du bist gerade über rote Ampel gefahren. Und ich so, hä, wo war dann der Ampel? Ich habe es gar nicht gepeilt. War das nicht sogar zwei Wochen später oder so, wo wir dann mit einem anderen auch noch mal gefahren sind und er ist auch über eine rote Ampel gefahren? Also ich kann echt sagen, Leute, von vielen Kollegen von mir, denen ist das auch schon mal passiert. Also das, keine Ahnung, passiert so easy. Da muss man einfach aufs Holz klopfen und dran denken, was man mit Glück gehabt hat, dass da echt keiner gekommen ist. Aber ja, krass. Wenn einer kommt, bist du nämlich am Arsch, weil die Seitentüren sind das schwächste. Bei einem Auto. Und wenn der bei deiner Seite kommt, bei der Fahrerseite, dann bist du am Arsch normalerweise. Das kann echt blöd enden. Auf jeden Fall. Na gut, ich würde sagen, weiter geht's. Okay, kein, no way. Also nicht möglich. Er kommt da nicht raus. Oder er schafft es nicht oder so. Was auch immer. Nice Katze auf jeden Fall. Komm, den Sprung schaffst du aber. Ja, nee. Die schafft das nicht. Woah. Ich habe gedacht, sie will noch unten Jump, aber die macht einfach so. Ey, das ist. Digga, guck. Hey, das ist doch Fake. Ich wollte auch gerade sagen, das ist Fake. Guck mal, wie weit das halt weg ist. Ohne Joke. Die macht einfach so einen Superman Jump. Das will ich noch mal sehen. Spider-Man, ich sag's dir. Spider-Katze. Die hebt ab. Boah, ist das krass, man. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ein bisschen eine Sache der Perspektive ist, dass das krasser aussieht, aber das sieht schon ziemlich krass aus, ja. Muss mal gucken, wie lange die fliegt einfach. Ist so. Not bad. Also geile Katze. Also eine Katze, die sich ein bisschen entspannt. Mal gucken. Äh, nee, nee, nee. Reflexe. Oder geile Reflexe. Boah, sie fängt das iPhone. Ja. Oder was das ist. Samsung, keine Ahnung. Auf jeden Fall mega knapp. Ist, glaub ich, ein iPhone. Oder? Vielleicht ist es auch ein gefaktes chinesisches Handy. Das kann alles sein. Oh Mann. Auf jeden Fall. Die Katze realisiert selbst. Oh Gott. Handy wichtig. Nicht droppen. Nee. Aber die Handys überleben mittlerweile sowas sogar. Weil jetzt ist da was angesehen. Also, die werden sogar getestet dafür, dass die von einem Meter so hundertmal runterfliegen und überleben sollten und maximalen Displayschein haben. Läuft. Das ist schon zu schlecht. Ja. Okay. Walk off. Let's go. Mal gucken. Mit Skateboard. Oh. Oh. Ja. Leicht geboß, Mann. Nichts passiert. Na Gott. Aber es wäre halt echt doof gewesen, wenn der Kopf über vorne runter wäre. Also ist ja im Prinzip. Aber hat sich noch gut gedreht. Na. Noch bald. Hm. Also wenn du rollen sollst, dann sollst du rollen. Oder so. Ja. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ein Hund. Ein Typ. Der Hund rollt. Der Hund rollt. Er rollt runter fast. Was ist los bei ihm? Und er freut sich dann einfach mega. Oh Mann. Und die sind so witzig. Ist das nicht immer so, wenn die irgendwie Regenwürmer im Boden finden, dass sie nicht drauf rumrollen oder so? Habe ich mal gehört. Boah. Keine Ahnung. Habe ich noch nie gehört. Okay. Ich weiß auch nicht, ob es stimmt. Ein süßer Sieg? Ja. Oh. Das ist so. Wie heißt das? Wie heißt das? Ninja Warriors? Mhm. Au. Der fallen halt alle runter. Das ist. Ich würde so gern sowas mal machen. Aber das gibt es halt nur in Amerika. Dann müssen wir Takeshi's Castle machen von früher. Das war immer besser. Takeshi's Castle war auch immer richtig brutal. Die haben da halt mit so Fake Kanonkugeln auf die Leute geschossen, während die über eine Brücke sind. Kennst du das noch? So richtig wiese. Ja. Ich fände auch geil. Da gibt es so eine Wand, wo die so Boxhandschuhe rauskommen. Und da gibt es echt so ein paar Typen, die geben dann einfach so richtig hart in die Fresse. Oh, der eine schafft es. Oh, so close. Aber der ist auch übermotiviert. Mal gucken. Komm, das muss doch einer schaffen von denen. Er tanzt auf jeden Fall mal da oben. Aber das ist echt schwer. Der hat halt niemals den Antritt, dass er da hinkommt. Not bad. Er hat es geschafft. Und der lässt sich feiern. Hätte ich nicht gedacht. Krasser Typ. Krass. Und der, der noch, ich sag mal, unsportlich gebaut war einfach. Deshalb habe ich mir gerade gedacht, so wie der in der Mitte stand, der kommt niemals so schnell weg, dass er das rechtzeitig schafft. Aber Respekt. Ja. Okay. Riskant, aber immerhin sauber oder so. Ja. Lol. Sieht irgendwie aus. Eins, zwei, eins wie das Treppenhaus bei uns in der Schule damals. So quasi. Bis auf der untere Teil dann. Aber nice gemacht. Richtig. Mit so einer Plastikbox da runter. Über die beiden Kurven. Ja. Nett gemacht. Aber das war schon wieder Asian Level. Weißt du. Stimmt. Da kann man nicht mitteilen. Ja. Kannst du nicht machen. Bei uns hast du dir zehnmal den Arsch gebrochen dabei. Okay. Entmutigter Bowler. Ja. Ich glaube den Clip habe ich schon öfter mal auf Facebook gesehen. Mal gucken. Er schnappt die Bowlingkugel der Kleine. Und erstmal auf die Fresse. Ja. Nice. Mit Banden. Und dann holt er den Strike. Ich bin mir sicher. Oder? Er geht auf die Double Bande. Und in die Mitte. Der Junge liegt am Boden. Leute. Spannung. Und da ist der Strike. Let's go. Weißt du. Solches Strike Zimmer. Und du pfefferst da mit ordentlichen Pommes rein. Ist so. Und eine Kugel fällt um. Oder sowas. Seid im Kleinen auf jeden Fall gegönnt. Okay. Mh. Mh. Okay. Irgend. Jemandem kommenden Killer Wal. Oder so. Ich habe keine Ahnung. Äh. Ne. Sebea. Ne. Nicht Sebea. Wie heißt denn das? Robbe. Robbe. Genau. Robbe. Ich glaube wie er da hochklettert. Und war da unten jetzt echt ein Wal. Ja. Da ist echt ein Wal. Oh Gott. Zwei sogar. Ja moin. Also. Die Robbe da. Hat sich auf jeden Fall ordentlich gesaved. Oh Gott. Wie der Typ auch so ein bisschen Angst hatte da. Ja. Ja. Was macht denn die Robbe da? Sneakt sich da hoch. Geil Mann. Ja. Aber ey. Robben sind so süße Tiere. Oder? Die sind die. Ja Mann. Die essen Fisch. Oder? Ich glaube schon. Ja. So kleine Fische einfach. Hätte ich gesagt. Nur Blauwald ist glaube ich Vegetarier. Oder? Unter den großen Meerfischen. Boah. Ich sage mal lieber nichts. Die fressen immer andere Fische. Ja. Ich kenne mich da auch nicht aus. Wir waren nur geraten. Ich würde sagen. Wir gönnen uns noch ein Clip. Ne. Zwei Clips. Den nächsten lassen wir aus. Und wir nehmen das mit dieser Mom. Die. Oh. Die Reflexe wieder. Irgendwas mit einem Reflex macht. Mal gucken. So. Was passiert? Sie rutscht da runter. Dann kommt der Safe. Der Safe. Pass auf. Lola. Ja. Okay. Oh Gott. Wie die da reingejumpt werden. Ja. Die hätte aber. Das hätte schon weh getan. Wenn die überrollt. Geworden wäre. Okay. Hauptsache so Teppichrutschen. Ja. Das ist eigentlich ganz cool. Ich würde sagen. In den nächsten Clips gucken wir noch. Irgendwas mit einer Parkbremse von einem Porsche glaube ich. Oder so. Ne. Der rollt weg. Oder. Er geht rein. Und jetzt checkt das wahrscheinlich. Oh mein Gott. Mein Porsche. Digga. Muss los. Die Hunde hinterher. Lol. Geil Mann. Auf jeden Fall noch gut eingefangen. Ja Leute. Ich würde sagen. Da waren wieder ein paar coole Clips am Start. Wir hoffen. Euch hat es wieder gefallen. Ihr könnt gerne ein Like da lassen. Und ansonsten. Hast du noch was? Ne. Ich würde sagen. Wir sehen uns morgen oder übermorgen beim nächsten Video. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.